Der Weg zum Diakonat wäre um meine Frau auch gar nicht möglich gewesen. Es war für uns aus meiner Krise heraus einfach ein Suchen nach einer Tiefe, nach einem tieferen Sinn auch von meinem Arbeiten her. Und wir sind diesen Weg von vornherein gemeinsam gegangen. Wir haben uns das Ganze angeschaut. Sie war immer dabei, soweit sie konnte und soweit es möglich war bei meiner Ausbildung. Sie hat das Ganze mit begleitet und es war unsere gemeinsame Entscheidung, die die Basis dafür war, dass ich es überhaupt wirklich auch gemacht habe. Sie steht hinter mir, also mit ihrem ganzen Wesen, mit ihrer ganzen Arbeit. Sie hält mir auch unglaublich den Rücken frei. Sie ist auch ein unglaublich wichtiges Korrektiv für mich. Nicht nur, ob die Predigt gut war, sondern sie sagt eben auch so, da muss jetzt was passieren, dass du ein bisschen langsamer tust. Das wird jetzt einfach auch zu viel. Also sie hilft mir unheimlich viel, mein Leben als Diakon leben zu können. Sie hilft mir auch unglaublich viel. Sie ist auch hier in der Gemeinde dadurch, dass wir hier auch leben. Sie ist natürlich eine Ansprechperson. Wir kennen inzwischen nach fünf Jahren hier auch viele Menschen, haben viele Freundschaften auch schon geschlossen. Und das merke ich, das ist ein wachsendes Fundament, das uns das Leben nicht nur schöner, sondern auch leichter macht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich traue, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ist es, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist es, es ist, es ist es nicht, es ist es ich.